Bist du ein Mann? Nein! Das müssen Sie so prallen! Du bist eine emanzipierte Frau. Ja! Ich will meine Rechte! Gib sie mir! Sag, dass ich das sagen darf! Also, das ganze... Das ganze Geschreie... Stimmt das mit zwei? Das ganze Geschreie... Das ganze Geschreie wird dir den Shitstorm nicht ersparen. Stimmt das? Der kommt jetzt. Scheißegal. Du wirst ja durchschaut... Ich bin auch für Frieden! Ich bin auch für Frieden! Frieden! Keine Waffen! Frieden! Die sagen jetzt... Die sagen jetzt im Moment... Die sagen jetzt in dem Moment, in dem der Schröder Farbe bekennen musste, hat er abgelenkt. Dann schrie er rum und dann hat er die Themen miteinander vermischt, damit das andere nicht mehr auffällt, was er wirklich meint. Die Leute sind ja nicht doof. Die Leute sind ja nicht doof. Die wissen ja genau, was die Masche ist.